Und damit begrüße ich euch wieder hier ganz herzlich zurück zu Rune Factory 3 Spezial. Ihr habt mir einen Hinweis gegeben und dem Hinweis möchte ich nachgeben. Jemand, der gerne mit Ärzten arbeitet. Ah, hallo Trupple, den haben wir gar nicht gesehen. Wie geht's dir so? Hallo, hi. Ähm, hey Gaius, ja? Ich habe eine Bitte an dich. Es geht um das Fest der Freundschaft. Ah, du brauchst also eine Brosche für den Blumenstrauß. Kein Problem, ich fertige eine für dich an. Wirklich? Na klar, zumindest würde ich das gerne. Mir fehlt nur leider das Material. Okay, verstehe. Dann besorge ich dir welches. Echt? Das wäre klasse. Ich brauche folgendes. Drei Stück Silber, zwei Stück Platin und eins Maragd. Alles klar. Drei Silber, zwei Platin und eins Maragd. Ach ja, du kannst die Materialien ruhig nach und nach bringen. Ich mache mich dann in die Arbeit, sobald ich alles habe. Silber. Platin. Platin. Smaragd. Smaragd. Das darf man, möchte ich gerne an. Nein. Platin und Silber. Das haben wir. Ah, geil. Danke, 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 danke. Alles klar? Ich habe es schon eingeprägt. Ich habe Raven viel zu verdanken. Wirklich viel. Wenn nur ich hier wäre, wäre der Waffenladen schon vor Ewigkeiten pleite gegangen. Ha. Ist das wirklich etwas zum Lachen? Okay. Genau was ich brauche, danke. Jetzt fehlt mir noch Silber und Platin. Das wird nicht leicht, aber machte ich nicht die Krille, deswegen. Genau was ich brauche. Jetzt fehlt mir noch drei Stück Silber, ein Stück Platin. Ah. Silber. Okay, das ist da nervig. Gut, das sollte reichen. Ich werde noch heute mit der Arbeit beginnen. Brosch ist morgen fertig, also kommen Sie dann abholen. Vielen Dank. So, und jetzt müssen wir jemanden suchen, der sich mit Klamotten auskennt. Dann würde ich sagen, wäre ich hier richtig behalten. Ah, hallo, Trupleng. Lange ist es her, du bist sicher hier, um dir die neuste Mode anzusehen. Äh, eigentlich nicht. Innovid ist mir der Regen ganz recht hier. Hallo. Oh, hallo, was fühle ich denn hier, Trupleng? Nein, sag's nicht. Du hast endlich erkannt, wie hübsch du bist und willst passende Kleider. Oh, das ist doch, dass ich das noch erleben darf. Rühr dich nicht vom Fleck. Ich habe da ein wunderschönes Rüschenhemd. Äh, äh, warte. Nein. Auch persönlich. Nein, kein Rüschenhemd. Also, ich möchte einem befreundeten Univir einen Blumenstrauß schenken. Suche nach einer passenden Schleife. Ich dachte, du könntest etwas in die Richtung haben, weil du ja nähst. Hast du denn eine übrig? Ich bezahle auch dafür. Eine Schleife kannst du auch einfach so haben. Wirklich? Bist du sicher? Na klar, warte kurz, ich hole sie dir. Bitte sehr. Viel Erfolg mit deinem Plan. Danke. So. Jetzt wieder zurück. Schleife? Wie aufmerksam. Wenn du mir irgendwann noch einmal was schenken möchtest, habe ich eine Schwäche, Fleckere, Unigiri und ähnliches. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Ich habe es dem falschen gegeben. Ich habe die Schleife nicht mehr, ne? Oh nein. Nein, nein. Ah. Ah. Alter. Oh. Oh. Äh. Verhalten wir erst mal. Ich wollte die Schleife eigentlich, äh, ihr geben. Okay, für den Blumenschraus brauche ich noch einen Mutterblume und eine Schleife und eine Brüsche. Sorry. Ich weiß nicht, wie ich darauf kam, äh, richtig, äh, hat mir noch gefehlt, danke. So, das heißt, jetzt fehlt ihr noch die Brüsche. Und dann war's das. Wenn ich jetzt sonst laden müssen, ich kann ja von hier aus nicht laden, ne? Uff. Das wäre ja jetzt voll in die Hose gegangen. Ich will auch nicht das Spiel beenden. Ich habe nicht die Zeit für noch längere Aufnahmen. Okay, jetzt können wir die Brüsche abholen. Oh, ich bin so doof. Sieht ein bisschen müde aus. Ah, ist jetzt am Gießen. Okay. Hör mit der Arbeit auf. Erhole dich ein bisschen. Ich bin so. So. Ähm. Wie ich vorher machen soll. So. Wieso bist du denn schon wieder draußen? Ich hab doch gesagt, du sollst dich hier holen. Schön, wenn die Monster nicht das machen, was sie machen sollen. Naja. Egal. So, jetzt brauchen wir noch die andere Blume. Mal wieder meine andere Waffe anlegen. Oh, er ist sogar da. Ganz schön bewirkt draußen, aber die Schmiede wird schon völlig sorgen. Hier drin bin. Hier drin zumindest. Guten Morgen. Bin fertig, Truplay. Oh, was für eine schöne Brusche. Vielen Dank. Kein Problem. Freut mich, dass sie zumindest ein bisschen helfen konnte. Ich wünsche dir viel Glück, Truplay. Danke, Gaius. Ich bin im Blumenschross, richtig? Das hat mir noch gefehlt. Danke. Und jetzt fehlt mir noch eine Mundhau-Blume. Die Mundhau-Blume war wann? Blummsaat? Wir sind, glaube ich, jetzt im Sommer, ne? Nee, im Herbst. Das heißt, ich muss also hier das jetzt machen. Ne, wir machen das anders. Oh. Okay. Dann. Gießen. Okay. Dann können wir schlafen. So. Halt. Ganzhaft. Ganzhaft. Und jetzt Kartoffeln? Einfach mal Kartoffeln. Okay. Okay. Hier erstmal den Gegnerblatt machen. Jetzt nichts weiter. Dann gießen. Ich weiß. Das ist jetzt gerade sehr langweilig. Guten Morgen. Eine Motorblume. Ja. Das ist doch. Kommst du denn mit ins Bett? Wir hauen uns nochmal eine Runde aufs Ohr. Ja. 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 Einsammeln. Ja. 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 Wartet. Äh. Wollen wir die Gießkanne? Ja. 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 So einfach ist das. Zack, 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 zack. Fertig. Waffenlegen. Waffenlegen. Na komm. Ich lasse jedenfalls fertig. Matrose, lernst doch die Leute gar nicht kennen. Ist doch kein Problem. So ein kleiner Einsiedlerdroh. ... Ist alles Level-Eins-Futter... Ist alles Level-Eins-Futter-Saat? Level-Fünf? Level-Fünf? Oh. Da war es sehr gut. Oh. Okay. Einbar ist wieder ein Fest. Oh. Danke. Perfekt. Matze auftanken. Ich will jetzt erstmal gerade keine Feste machen. Ich muss nämlich ein Fest ausrichten. Und dafür habe ich keine Zeit. Das zählt wirklich jede Sekunde. Also es ist schön, wie hier einfach nichts wächst, ne? Einmal auffüllen. Oh. Ah, es wird doch endlich nur wachsen. Ist doch hier der Frühling, oder nicht? Ich bretter hier gerade durch, wie sonst was. Einige Sachen hier einfach gar nicht gewachsen sind, ne? Und wieder hinrennen. So. So. Es hat mich nicht, dass ich das gerade jetzt gemacht habe. Ich Idiot. Ich muss mich jetzt gerade echt einmal selber watschen. Habe ich nicht ein super Wachsmittel? Nein. Mach auf. Zucker aus, du. Gemüse oder sowas. Ne, die hat sowas gar nicht. Ah, das ist doch. Frühlingssachen. Okay. Wir sagen einfach mal nichts dazu, ne? Wir sind einfach mal ruhig. Armbodys, die da an der Mutter hintersteckt. Tut mir leid. Das war klar, dass sie jetzt auch gebraucht sind, ne? Hören wir noch die Widerstandsfähigkeit. Okay, wusste gar nicht, dass es geht. Ich ärgere mich gerade tierisch über mich selber. Ich hatte die Blume. Ich hatte sie. Ah, jetzt ist es Winter. Schön, dass im Herbst mal gar nichts gewachsen ist, ne? Hm. Hm. Zwei Vermacken. So. Dann. Hä? Hat er was gehört? Egal. Egal. Ich hab keine Zeit, dass ich da irgendwas höre. Und weg. Ich hab jetzt auch keine Lust, mit euch zu kämpfen. Wann die alle hier? Achso, ich hab hier einfach nur eine andere Musik. Okay. Deswegen. Danke. 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 Oh, endlich haben wir es geschafft. Hat ja nur für mich eine Ewigkeit gedauert, ne? Guten Morgen. Wir haben den Blumenstrauß, richtig? Das hat mir noch gefehlt. Danke. Sehr schön. Jetzt haben wir alles, was wir brauchen. Gehen wir, Opa, bitte den Blumenstrauß zu arrangieren. Was denn? Was ist los? Das sollte nicht ich machen, Sarah. Mach du das. Hä? Warum denn ich? Ich bekomme ihn doch niemals so schön hin wie du. Darum geht es auch gar nicht. Hör auf dein Herz und gestalte ihn so, wie es sich für dich richtig anfühlt. Versuch es einfach mal. Bitte versuch es, Sarah. Ja, du schaffst das, Sarah. Ah, na gut. Ich werde mein Bestes geben. Dropley, gibst du mir bitte bis morgen Zeit? Klar, ich will den fertigen Blumenstrauß dann morgen bei dir ab, okay? Ich freue mich schon, ihn zu sehen, Sarah. Er wird bestimmt umwerfen. Danke. Komm, den Morgen werden wir jetzt auch noch erledigen. Ach, Cisio war schon wieder hier. Da. Ich gieße es, obwohl ich es gar nicht einsammle, ne? Okay. Okay. Ich muss mich den Blumenstrauß abholen. Guten Morgen. Lassen Sie das Beste sind. Guten Morgen. Hier ist der Strauß. Sieht er, ähm, sieht er okay aus? Okay. Ist ja mal unter Reibung des Jahrhunderts. Er ist wunderschön. Ich habe noch nie so einen bezaubernden Blumenstrauß gesehen. Vielen herzlichen Dank. Acht, okay. Du musst mich ganz verlegen. Dieser Strauß wird dem Universum zweifellos zeigen, wie ernst wir es meinen. Hey, wodest du noch warten? Ich sollte ihn Corona auf die Stelle bringen. Danke nochmal, Sarah. Alles Gute. So, und dann gehen wir da jetzt mal hin. Verhalten. Bitte lass mich in Ruhe. Was? Soll mich das etwa umstimmen? Hör mir zu, Corona. Dieser Blumenstrauß ist ein Zeichen der Freundschaft von der ganzen Stadt. Bitte nehmen ihn und erkenne dadurch den aufrichtigen Wunsch der Stadtbewohner nach Versöhnung an. Das sind wirklich wunderschöne Blumen. Allem Anschein nach bin ich die Einzige, die noch einen Gräuel hegt. Naja. Steht denn schon fest, wann das Fest der Freundschaft stattfindet? Hä? Heißt das etwa? Immer langsam mit den jungen Pferden. Ich habe den Menschen noch lange nicht verziehen. Ich will nur nicht der Sturkopf sein, der für alles andere vermasselt. Corona. Also steht schon ein Datum für das Fest der Freundschaft? Äh, nein, noch nicht. Damit wollte ich warten, bis ich dich überzeugt habe. Verstehe. Wir sind flexibel, also sollen ruhig die Menschen ein Datum wählen. Gebt uns dann einfach Bescheid. Alles klar. Ich komme wieder, sobald wir Einzelheiten abgeklärt haben. Ich werde dich erwarten. Ähm, Corona? Danke. Hm. Nicht zu danken. Ja, aber ich würde sagen, das Datum, das machen wir dann in der nächsten Folge. Wie klingt das? Das klingt doch eigentlich nach einem Plan, oder? Dann sage ich danke, bis zum nächsten Mal und ein Tschütschü. 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 Vielen Dank.